Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gambling. Ich bin der Klo. Ich bin mal wieder für den Jacken Ticket und heute haben wir das Spiel Perfect Worlds Mobile. Viel Spaß. Okay, normal müsste hier mein Charakter sein. Ich sehe keinen. Verbinde mit dem Server. Ach doch, da ist er. Juhu. Gott sei Dank. Er wollte mich für mich die ganze Zeit auf einen anderen Server schicken. Und er hat gesagt, ich habe keine Charaktere. Und dann, ich habe mir das Gott sei Dank aufgeschrieben, auf welchen Server mein Charakter ist. Und dann bin ich auf diesen Server aufgegangen. Dann stand da, um den Charakter herzustellen, müssen sie ein Update herunterziehen von 2, bla bla bla. Gigabyte. Na gut, okay. Einverstanden, hat er heruntergeladen. Dann dachte ich, dass da vorne gleich der Charakter steht. Aber anscheinend muss er erst mal einem weiter klicken. Also wichtig, dass man sich den Server aufschreibt, wo man ist oder merkt. Ich kann mir sowas nicht merken, deswegen schreibe ich mir sowas immer auf. Ansonsten ist der Charakter irgendwann mal weg. Gut, dann werden wir aber trotzdem mal weiterspielen hier. Drachen. Auffüllen. Kaufhaus. Rückgabe. Hm. Okay. Automatik war... Einfach draufdrücken auf die Quest. Das ist die Hauptquest, das ist die Nebenquest. Ich mache erst mal die Nebenquest fertig. Sonst habe ich später am Anfang mal eine Hauptquest. Bin in Neemalsland. Zeige ich jetzt mal. Dann muss wir gerne zurückfliegen, um die Nebenquest fertig zu machen. Ist ja auch ein bisschen doof. Oh, ein Angebot hier, die... Wer gerne Geld ausgibt für Spiele... Der kann es hier machen. Ich gebe zwar auch manchmal Geld aus, aber immer sehr, sehr wenig. Weil ich kann das Geld zur Zeit oder allgemein auch immer irgendwie anders besser gebrauchen als in Spielen. Ich habe das Schleifte. Die Box ist next, nichts ist falsch. Oh, der Schneefuchs sieht gleich aus wie Schnee. Muss ich selber kämpfen oder? Muss ich selber kämpfen? Nicht genügend Platz im Beutel. Oh, mein Beutel ist voll. Es gibt's doch nicht. Es gibt's doch nicht. Kleinmal schauen im Beutel hier. Zerlegen. Alles zerlegen. Alles zerlegen. Aufsammeln. 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 Hmm. Juste. Ich habe ein Problem. rechter sitze egal sieht mir doch gerade geholfen hier ja 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 ich ja Okay, was soll ich steigern? Ui, geht das? Hm. Wenn ich das jetzt so müsste. Quittivierungsphase. Ich schau jetzt mal hier nach. Hier waren ja auch noch Urtpunkte. Nicht mehr. Hier. Hier, hier, hier und hier. Da ist was Trottes. Verzaubert. Ich bin verzaubert. Ach, mein Level ist zu niedrig. Na gut, dann gehen wir hier hin. Hm. Ich tue mich grad irgendwie richtig schwer. Kann das sein? Mensch, jetzt Kinder nochmal hier. Hm, fertig. Fähigkeiten. Alle verbessern, bestätigen. Zack, fertig. Nächste. Na. Skins. Kaufen. Kaufen. Nein. Fliegen. Anlegen. Okay, fertig. Dann, jetzt. Angebote. Himmelsblau. Kaufen, kaufen. Nein. Alle abrufen. Fertig. Alle abrufen. Urteile. Immer noch. Bestätigen. Bestätigen. Okay, fertig. Nein. Noch nicht. Den auch noch. Bestätigen. Jetzt sie fertig. Nein. Immer noch nicht. Was ist denn hier los? Keine Ahnung. Weiter. Event. Das muss sich verbessern. Aber wie? Keine Ahnung. Ah, hier. Hm? Oder den hier. Auch nicht. Ach, Mensch. Den hier. Auch nicht. Ach, Mensch. Warum geht er nicht weiter runter? Die Sau. Das geht. Aber das? Nicht. Doch. Jetzt. Und wieder. Und. Hau ruck. Hau ruck. So. Hose probieren. Geht nicht. Schuhe probieren. Geht nicht. Hau ruck. Und. Schneller. Höher. Ach. Ach. Super. Fertig. Was mache ich jetzt hier? Hm. Meine Kampfkraft zu niedrig. Ah. Muss stärker werden. Hm. Warte. Hier. Da. Verbessert. Automatisch. Automatisch. Ah. Ziel Level muss höher sein. Okay. Ich bin zu niedrig. Hier. Ist schon wieder einer. Ist schon wieder einer. Nein. Nein. Wartet jetzt noch gar nichts. Und. Das auch nichts. So. Jetzt. Verbessern. Hier ist nichts mehr. Verbessern. Ah. Nein. Da komme ich doch nicht weiter. Ich muss doch erst noch stärker werden. Da oben nochmal rauf. Verbessern. war wieder einmal. Es ist so Looking. Können sich die anderen Tiere anschauen, ach schief, benutzen, ja genau, ah, freue ich nicht, weiter, gibt's auch nichts, wo werde ich denn stärker, meine Güte, ich bin Amateur, ich weiß, jetzt bin ich grad schlimmer wie Amateur, da komme ich nicht weiter, dann gehen wir jetzt da hin, ich muss erst die Quest erfüllen, damit ich weiterkomme, ist das euer Ernst, aber ich kann doch hier nichts machen, meine Güte, nochmal, Uuuhh Schau mal hier unten auf dem Balken, wie schnell er sich bewegt. Also wenn ich das machen sollte, ich krieg drei Erfahrungen pro Kilton Wolf, ey da bin ich ja richtig lange unterwegs hier meine Güte, kann doch nicht wahr sein, warum komme ich hier nicht mehr weiter, muss doch irgendwas übersehen haben, bestimmt habe ich irgendwas übersehen. Okay, warte ich, ich laufe mal hier raus, so ja, da ist der Opa, der Guru der Weisheit, komm mal zu mir, oder ich komm zu dir besser gesagt. Sprechen, okay, okay, okay. Oh, wo bin ich? Genau, das bin ich. Die Pixel, das sieht voll cool aus. Zu viel Mühe über das Spiel gegeben und dann mit den Schatten voll Pixel. Okay. Okay. Z Smith Couple? Servusanz? 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 geschickt nehmen hallo morgen okay und was ist heute gibt es nicht auch gut oder schon genommen deswegen ist nicht mehr da oh nein geht aber noch nicht geht immer noch nicht los was für ein schönes teleport teleport ach ja einfach mal so ein teleport hinstellen sagt durch hüpfen da bist du anders das ist schön wenn du fährst okay jetzt ist auto drin nice auch jetzt ist die quest fertig die quest ist fertig jetzt ist schon ich probiere jetzt die quest abzugeben schaue nach nach ja ansonsten werde ich gleich beendet also das kultivieren war eigentlich nur mit dem mann quatschen wahrscheinlich ja los fliegt schneller ist das beim event noch und darf vorteil kann man hier absteigen da geht es aber weit runter kaputte brücke mir egal ich fliege drüber eine quest da ist er guter weisheit hallo ich bin wieder da habe ich die quest geschafft ich habe die quest geschafft das ist ja das ist das schön zack einmal durchgepft und da bin ich schon wieder geht aber bestimmt immer nur so wie es aussieht zur hauptstadt zurück sonst hätte er erst im guru auch schon ein portal machen gewusst hätte gemacht ja weißt du was ich meine ich habe die quest fertig ja gut dann werde ich jetzt dann werde ich jetzt hier wischen nach unten um zurück zu gehen ich kann so nicht wischen ja 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 ja... ja... ja jou ich kann hier nicht wischen an computer ich probiere das, das geht aber nicht so eine schweinerei Ich überspringe das Ganze. Leute, ich werde hier das Spiel erstmal beenden. Da ist ein Quest versteckt. Egal, ich beende das Spiel. Ich habe mich genug geärgert heute schon. Das ist einmal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf dem nächsten Video seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Und bleibt immer geduldig. Tschüss. Tschüss.